Woher kommt diese Kartoffel? Von welcher Seite hat er diese Kartoffel-Bars rausgehauen? Von der Straße zum Instagram-Rapper. Let's go mäßig. Wir gucken uns jetzt von Sascha, von der Straße zum Instagram-Rapper an. Wurde mir empfohlen von euch, weiß nicht. Ich bin gespannt. Heute ist wieder so weit. Heute hat mir Luca Instagram-Rapper zukommen lassen. Das heißt, wir schauen mal wieder, was der ein oder andere Künstler so zu bieten hat. Live just begun! Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Künstler. Let's go! Das kommt also dabei raus, wenn man Farid Bang auf Wish bestellt. No front. Sind das jetzt einfach schlechte Rapper oder komplett weird Rapper? Ah, okay. Hört zu. James Dean hat eine Wächte. Hört zu. Aber seiten auch nullmäßig. James, don't look so good. Sag mir, wie fühlt es sich an mit einem anderen Mann? Ihr seid zusammen, Hand in Hand. Doch die Scheiße war mich krank. Sag mir, ist das jetzt ein Dank für deinen Schrank? Die Geschenke. Momente. Ich kämpfte. Ich lange für dich, Baby, doch das hat jetzt ein Ende. Ich kann, ich kann. Die Geschenke. Momente. Ich kämpfte. Das war einfach James. Sein Kollege kam so straight von Seite so, ey Bruder, soll ich mal Instagram Rap Video machen? Ja Bruder, aber ich will auch dabei sein. Gib mir auch diese Cloud. Ja okay Bruder, sag zwischendurch einfach so paar Wörter so, weiß ich meine, so Geschenke und so. Okay Bruder, mach fertig den Laden. James Dean, der Allerechte. Was ist los? Ich schüsse jetzt kreuz und quer. Diese Straße ist heute Nacht nur für mich leer. Die Straße ist glaub auch nur leer, weil er angekündigt hat, dass er heute ein Konzert gibt. Oh Juge, Alter. Der ist wild, Alter, der nimmt aber ernst so und kennt diese gestikulieren und so. Äh, leer, mehr, so. Diese Film. Welt, wilder Typ, ja. Der nimmt sein Game ernst, ich sag ehrlich. Ich komme ran, jajaja. Yay. Yay, 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 yay. Alle weppen, ja, jajaja. Alle weppen. Alle weppen. Er meint nicht rappen. Weppen. Weppen. Alle reden sie viel zu viel, viel zu viel. Das ist für Stein 2, digger Max lebt diesen Stil. Boah, der wurde sauer am Ende, ja. Der wurde sauer auf diese, ah, so wiss ich. Max lebt diesen Stil. Ja. Ey, ganz ehrlich, mir ist alles egal, Hauptsache. Max, lebt diesen Stil, bitte. Ja, ja, ja. Ja, Kapital, bra, du sagst immer bra, bra, isa, gema. Oh, nein, Mann. Der arme, wer hat den verarscht, dass der rappen kann. Kennt ihr diese mienzigen Leute, ihr schickt was, die sagen eh so, ja, man, ist voll wild. Obwohl ihr genau wisst, ist eigentlich nicht wild. Bestimmt nur solche Kollegen hat der. Ja, Bruder, ist krank, Bruder, mach weiter. Irgendwann. Tja Allah, schaust du, Bruder. Kartoffel, Kartoffel, die beide sind gleich, wenn nicht, ich mache alles kaputt, außer Kartoffel, ich mache alles kaputt, du weißt Bescheid. Was sagt er, ich mache alles kaputt, mit Kartoffel, woher kommt diese Kartoffel, von welcher Seite hat er diese Kartoffelbars rausgehauen. Ich mache alles kaputt, außer Kartoffel, Kartoffel ist Metapher für deutsche, was für Kartoffel, Bro. Und wenn man denkt, dass es auf Instagram schon ganz übel ist, komm, Öl. Wir machen hier den Seiten auf Nullcheck, der Sascha, ne, ist hier auch nicht, äh, ist auch, äh, genauso wie ich am Leiden. Ihr seht das, Seiten auf Zehngängen. Also nicht zu füren, aber schon geil. Ausnahmetalente von TikTok und hauen noch einen drauf. Was hat er denn gegen Kartoffeln? Oh, das sieht aber wild aus, das sieht wild aus, okay, okay, okay. Der in gelbe Jacke hier, der ist wilder Typ auf jeden Fall. Der hat die Funktion, im Video ein bisschen so hart zu gucken und zu sitzen, so, boah, ich bin mies am Tschöner, aber ich bin voll saubermäßig. Und der, Bruder, hier ist, ähm, ich mache links-rechts-Rap. Will der, will der eigentlich die Kamera noch schiefer halten? Haben die kein Taktgefühl? Ein essentieller Move, ein wirklich essentieller Move ist dieser hier. Am besten, der hat eigentlich, kennt ihr noch von früher, diese, diese Gürtel, die so Klunker drauf hatten, aber so Fake halt, ne? Aber so Name konnte man schreiben, man konnte da so drehen und so. Sowas fehlt eigentlich noch. Dann wäre das Video komplett lost. Wirklich lost. Was habe ich da gerade angeguckt? Können wir erstmal bitte über den Moment sprechen, dass jeder von den dreien den Einstieg verpasst? Auch die Ad-Libs mal... Ey, das habe ich gar nicht gecheckt. Ich habe nur auf den, ich habe nur auf den gelben gecheckt, äh, geachtet, ne? Was geht bei dem in der Mitte? Der macht so, so, als würde man so drauf warten, so. Als würde man das Lied nicht kennen, so. Auch die Ad-Libs mal wieder ganz, ganz wild. Also, Jungs, mach... Äh, 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 mach weiter so. Schnapp mal deine Freundin, sagst du, wer... Ich verstehe die Hälfte gar nicht. Was? Schnapp mal deine Freundin, sagst du, wer... Was ist mit Blau-Weiß? Das ist Meldow-mäßig, ohne Bart, mit anderer Gesicht, von anderer Zeitalter. Letzte Leben-mäßig. 20 Kopf-Tasche, gebunkert. 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 Was auch immer mit Blau-Weiß-Lakost war, Hauptsache 20 Kopf-Tasche. Gebunkert. Oh, was geht bei der? Wenn die schreit, ändert sich ihr Gesicht voll. Also, die sieht komplett anders aus. Lell. Hast du mich gerade mal einen? Oh? Was? Nein. Oh, ich bin so, wenn es ein Zimmer neben... Brrrr, was kann ich das Bessere sein, wenn man auch neben... Das ist Drill. Ihr wisst selber, UK-Drill oder was Pop Smoke gemacht hat. War nix. Wisst ihr, was ich meine? Das, was sie macht, ist Drill. Ich bin grad am Start. Ich mach das, was ich will und ich mag. Ich mag es zu wissen, what the fuck. Egal, was dem Video passieren sollte. Bitte stech mich nicht ab. Die ist echt sauer gewesen, ne? Im Video. Ja, Mann, endlich, Alter, endlich. Montclair-Weste so, Autotür auf. Ich hab nur darauf gewartet. Ey, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Wer ist das? Wo erkennt man den? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Was macht der? Benji Ewald, Legende. Boah, warum kennen ihn so viele? Was macht der? Haut mal kurz raus. Grinster-Legende. Alaba. Labber mich? Fahrrad vorhin. Macht mir riesen Spaß und das mach ich grad. Fahrrad vorhin. Macht mir riesen Spaß und das mach ich grad. Der ist auch krank, Alter. Als würde er die Wörter rauskotzen so. Ich fahre Fahrrad. Benji Ewald, der Ehren-Buder. Scheiße, hat er am Ende geklingelt. Er hat einfach geklingelt am Ende, ne? Zu wild. Ich will der Adlibs. Falls ihr Benji Ewald mal auf der Straße treffen solltet, wechsel lieber die Straßenseite. Würde ich auch machen. Ich würde Muwok zurückgehen mit sich. Wilder Effekt, ja. Zu wild. Ich schwöre, der Text, ne? Ich dachte so, ja okay, der Arm und der hat einfach nur ein paar Rhymes rausgekickt. Dieses schiefe. Oh. Oh. Du bist ein Eis-Baby. Und so heiß, Baby. Wie viele Likes, Baby. Hol mir Chai, Baby. Du bist die Eis, Baby. Du bist meins, Baby. Wenn auch immer er meint. Die soll froh sein, dass er so ein wildes Lied für sie gemacht hat. Du bist die Eis. Hol mir Chai. Auf den mäßig. Ich bin deins Baby. Baby, ich will die Szenen. Weil die Tage zu schnell vergehen. Autos da haben, das ist, wie sich mein. Mit dem weißen Arm gehen. Ich will die Scheine rauszählen. Mit weißer Arm gehen. Er sucht einfach an Lenkrad. What the fuck. Autos, ich schwöre, ne? Locker Autos gegangen, so auf den so. Herr Müller. Kann ich kurz ein Instagram-Rap-Video machen? Ich schwöre, Wallah. Ich will mein Mädchen erobern, Wallah. Die soll Chai-Hon mäßig. Ich habe Text geschrieben, bitte. Bei dem Kollegen musste ich auch erstmal einen Kommentar da lassen. Und das Video auch liken. Ich würde auch gerne einen Kommentar da machen. Und ich glaube, wir alle wissen, welcher Künstler jetzt noch am Ende kommt. Ah, Lilith-Skin, okay. Aber Lilith-Skin kennt man, oder? Frage ist nur, ob man sowas feiert oder nicht. Also ich muss sagen, ich feiere es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Aber die haben einen coolen Style. Ich schwöre, die haben einen coolen Style. Aus welcher Stadt, miesig. Guck mal, zum Beispiel, der Beat ist auch voll nice. Du Penner bist wie drei. Du schlägst mit dem Sandmann. Ich mit deiner Mama. Du bist ein Penner. Guck auf mein Business. Ja, alles ist am Glitter. Oh, an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Das kann man sich schon... Alter, das kann man sich das geben. Wenn er jetzt Musik rausbringen würde... Also ich würde jetzt mir nicht denken, so, Digga, ja, mal voll nice, Digga. War es das jetzt? Wirklich sehr wilde Leute. Sehr, sehr wilde Leute gewesen. Endclip. Endclip ist auch nochmal was Wildes, oder was? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Das letzte, was ich von Drachennort... 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 Oh, der ist auch komplett durch, ne? Der ist komplett lost, im Moment, ne? Lachkicker, Alter, ich schwöre. Das war's mit dem Video, ja? Zu wild. Sehr, sehr wilde Rapper gesehen. Was soll man sagen, ja? Alle die neuen Sterne am Himmel. Als ob wir jetzt hier leben. Alles Story. Vielen Dank.